Wir sehen aus wie Super-Männer! Ach, mal komm schon! Findest du nicht, dass wir was Besseres verdient haben? Du wolltest doch Geld machen. Für mich klingt das nach richtiger Gangster-Scheiße. Nach einer wahren Geschichte. Ihr könnt einen Typen doch nicht einfach entführen und ihm seine Sachen wegnehmen. Das geht doch nicht. Das ist ziemlich illegal. Doch, können wir. Wir sind Macher. Macher tun das. Wir werden diese Dreck-Schecke verhaften. Muskeln. Das ist gut. Das ist gut. Mord. Es war ein Unfall. Und der Saftsack! Was soll das? Und Mega-Chaos! Ja! Hast du Scheiße gebaut? Vielleicht ein bisschen. Pain and Gain. 19. Mai, 21 Uhr. Auf Universal TV.